So, willkommen zum zweiten Part. Wir sind noch in der Halbzeit und starten jetzt gleich die zweite Halbzeit. Nochmals, sorry wegen dem Schnitt. Kann man ja nichts machen, wenn man nur 15 Minuten hochladen darf. Finde ich jetzt nicht so toll, aber okay. Ich verstehe ehrlich nicht, was ich jetzt eingestellt habe, dass er den Ball nicht weiter ausschlagen kann. Und wieder so eine knappe Abseitsentscheid. Muss man nochmal genauer hinschalten? Ah, jetzt geht's wieder. Nein, da sollte er nicht so hin. So. Was macht er denn da? Ist ja schlimm. Das eröffnet manchmal traumhafte Möglichkeiten, damit er nicht steigen, dass er muss auch ankommen. Ja, alles klappt. Ich sollte den Ball jetzt einmal lieber raushauen hier. So, weg damit. Nein, das kann doch nicht sein, ey. Oh, scheiße. Egal, egal. Nein, nein. Das bedeutet gar nichts. Ist alles immer noch offen. Ja. Ja, das sollte er eigentlich wieder nicht sein. Und schluss. Nein, 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 nein. Es gibt's doch nicht, ey. Was? Weißt du uns? Aha, okay. Danke, so wird der Ski unsympathisch. Und in die Mitte. Ja. Abschluss, Abschluss. Nochmal. Super. 3-2 war ein Caldero und sein zweites. Ja. Und in die Mitte. Ja. Ich brauche unbedingt einen Zehner hier. Der die ganzen Pässe trinkt und so. Zehner ist zentral offensiver natürlich gemeint. Ja. Ja. Mein Fehler. Mein Fehler. Ich stelle jetzt mal gleich bisschen Beton über, ey. Es tut nicht gut. Oh. Schade, schade. Ich merke schon, ich lasse bisschen zu viel Platz, ey. Schlecht. Und jetzt durch die Seite, ja. Jetzt machen wir noch eins. Einfach mal drauf. Ah, schade. Abgelockt. No upsets. Oh je. In der Haft des Assistenten möchte ich nicht stecken. Das war eine ganz knappe Entscheidung. So, das ist abseits. Wollen wir gar nicht lange diskutieren. Wir belegen das mit der Zeitlupe. Das Gespann hat sofort gesehen. Oh. Abseits, oder? Nein. Ja. So klar. So. Jetzt sind wir die Lächsten im Abschluss. Lauf, 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 lauf. Da wird der Trainer zufrieden sein. Und über außen. Nein, 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 nein. Scheiße. Unglücklich, unglücklich. Oh ja. Das könnte die Haftung auf den Kuss, die da mal gedeckt haben. Ja. Für die Torhüter ist das heute ganz bestimmt kein Grund zur Freude. Ich muss schauen, was sich noch machen lässt, ja. Ja. Für die Torhüter ist das heute ganz bestimmt kein Grund zur Freude. Nein. Nein. Jetzt könnte er nicht mehr ablaufen. Jetzt könnte er nicht werden. Jetzt könnte er nicht mehr aufhlen. so ist auch ja komm schon, komm schon nein es gibt es doch nicht so, okay, nun geh scheiße ja komm, hol ihn dir nochmal ja und abschluss ja 4 zu 4 traumhaft außerdem zweites jetzt hinten noch stellen und noch eins machen naja jetzt können sie ihren Konter starten nein, doch nicht so kurz ja, hin zum Ball nicht stehen bleiben ja, jetzt zu schauen jetzt muss er angespielt werden jetzt ganz schnell machen jetzt der Konter nein das gibt's doch nicht na gut, ich spiel gemacht Steffi spiel als Target und ich sag tschau bis zum nächsten Mal gern mehr gern mehr draus ja wenn ich ch h h h h h Bis zum nächsten Mal.